Musik Dass es wirklich ein Ort wird, an den man gerne hingeht und tatsächlich einen wertvollen Beitrag leistet als Treffpunkt in dieser Stadt. Der Aufenthalt direkt an der Strecke hat man nirgends in der Stadt, wo man direkt hier am Wasser sitzen kann. Musik Uns war es auch wichtig, dass man hier auch unabhängig von einem Café sitzen kann. Die können sich hier einfach hinsetzen, müssen nichts kaufen, können das genießen. Musik